Ihr seht sie bestimmt schon überall. Lederhosen und Dirndl, soweit das Auge reicht. Aber Moment mal, wir sind doch gar nicht in München. Macht aber nix, denn wir lassen uns die Gaudi hier trotzdem nicht vermiesen und feiern heute das Salzburger Oktoberfest hier am Zentrum. Und hier geht es richtig ab. Die Vorband Nordwand bringt die Hütte zum Beben. Aber als dann Andreas Gabalier die Bühne betritt, sind die Mädels nicht mehr zu halten. Ein großer Star kehrt hier zurück ins Zelt. Das war mir ein großes Anliegen, dass wir nach diesem turbulenten Sommer der großen Stadien und auch jetzt diesem Frühherbst mit MTV noch einmal zurückkehrt zu den Wurzeln. So wie wir im Jahr 2010 und 2011 und 2012 wirklich unzählige dieser Feste gespielt haben. Stadtfeste, Zeltfeste. Ich freue mich heute auf den Auftritt, der einen natürlich schon an die Anfänge erinnern wird. Auf der Bühne ist er eine Stimmungskanone. Aber wie ist Andreas Gabalier eigentlich privat drauf? Uns verrät er es. Die Bühne ist eigentlich sehr, sehr gelassen und sehr, sehr getragen. Prinzipiell, man möchte es kaum glauben, aber ruht in mir doch auch so das stille Wasser. Vermutlich deswegen, weil man im nötigen Zeitpunkt auf der Bühne dann den nötigen Druck abläuft. Leute, ich würde euch echt gerne zeigen, wie die Masse hier abgeht und was sie dazu zu sagen hat. Aber die sind viel zu beschäftigt mit Feiern und da möchte ich jetzt nicht unterbrechen. Aber die meisten hätten bestimmt so etwas gesagt wie... Ja, also ich fand es super bisher, tolle Stimmung. Also ich finde es auch total toll, ich würde hier jedes Jahr gerne wieder hinkommen. Also Andreas Gabalier, super toll, kommt alle vorbei, liebe OTV-Zuschauer, es lohnt sich. Servus liebes OTV, hier spricht euer Volksrockenrohrer Andreas Gabalier und auf diesem Wege sende ich euch herzlichste Almhüttengrüße. Also wer jetzt noch nach München oder Salzburg fahren muss, um sowas zu erleben, dem kann ich echt auch nicht mehr helfen. Aber keine Angst, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr jetzt nicht da wart, denn ihr habt noch massig Zeit herzukommen. Also kommt rum, feuert mit und los geht's. Also kommt rum, feuert mit und los geht's.